Hallo, mein Name ist Stefan Garamin. Ich lade in Köln das Jugendamt, oder vielmehr das Amt für Kinder, Jugend und Familie, wie es heißt. Und jetzt sind wir alle zu Hause. Da ändert sich auch für so eine Familie ganz schön viel. Der Tagesablauf ist dann ein anderer, aber es ist uns einfach wichtig, dass wir zu Hause bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber wir haben auch tolle Informationen für euch auf unserer Homepage der Stadt Köln hinterlegt. Unter Coronavirus findet ihr einen tollen Reiter Tipps für Familien. Dort haben wir für euch hinterlegt ganz viele Tipps, was man mit Kindern zu Hause unternehmen kann. Oder wenn es denn mal schwieriger ist, wie ich Hilfe bekomme. Oder wie ich auch vielleicht mit Kindern über den Coronavirus sprechen kann. Wir wollen euch nicht alleine lassen in dieser Zeit und sind für euch da. Und wenn es denn ganz schlimmer ist, wenn es wirklich um Kindeswohl gefährlich ist, ruft uns an. Wir sind immer für euch da. Euer Jugendamt Und jetzt müssen wir da. Wir wollen uns an. Wir wollen uns an. Wir wollen alles. Wir wollen uns an. Wir wollen uns an. Oder wie wir hier können. Oder wie wir die Frage gewinnen. Vielen Dank.